Digitalisierung. Dieses Wort steht für großen Wandel unserer Zeit. Kaum ein Lebensbereich ist nicht von ihr betroffen. Doch welche Veränderungen sind mit ihr verbunden? Aber vor allem, welche Chancen? In diesem Seminar gehen Sascha Friesicke, Professor am Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft, Jurist und Medienforscher Wolfgang Schulz sowie Zeitautor Christoph Drösser diesen Fragen nach. Sie widmen sich den Auswirkungen der Digitalisierung auf den Menschen, beruflich wie im privaten Alltag. Wem gehören unsere Daten? Was ist künstliche Intelligenz? Und werden wir bald alle in selbstfahrenden Autos sitzen? Sie erläutern lebensnah und anschaulich in zwölf Lektionen mit anschließenden Interviews die komplexen Zusammenhänge der Digitalisierung. Von der Demokratie bis hin zum Gesundheitssystem. Die digitale Revolution. Das neue Seminar der Zeitakademie.